Da befahl Robin Hood, »Little John und Will Studley führt die Packpferde her.« Die beiden gingen und andere Gefährten standen auf, um neben Robin Platz für die Ballen und Bündel zu machen. »Wer hat das Verzeichnis der Waren?« fragte Robin und sah die drei schwarzen Mönche durchdringend an. »Ich habe es, aber tut mir nichts zu leide,« meldete sich der Älteste von ihnen mit zaghafter Stimme und zog eine Pergamentrolle aus der Kutte. Robin gab die Rolle an Will Rotwams weiter, der mit harter Stimme begann, »Drei Ballen Seide für Quentin, den Händler in Ancaster!« »Die rühren wir nicht an, denn Quentin ist ein ehrlicher Mann, der sich mit Fleiß und Tüchtigkeit hochgearbeitet hat,« sagte Robin, und die drei Ballen wurden ungeöffnet beiseitegelegt. »Ein Ballen Seidensamt für das Kloster Bowment!« »Es schickt sich nicht, dass Mönche in Samt gekleidet gehen,« sagte Robin. »Trotzdem nehmen wir ihnen nicht alles weg. Teilt den Samt!« »Ein Drittel wird für wohltätige Zwecke verkauft, ein Drittel ist für uns, ein Drittel kann das Kloster behalten.« »Zwei Dutzend große Wachskerzen für die Kapelle des heiligen Thommes!« »Kerzen gehören in eine Kapelle, also wollen wir sie nicht,« sagte Robin. Und die Kerzen wurden zu den Seidenballen für den ehrlichen Quentin aus Ancaster gelegt. So überprüfte Robin Hood die ganze Ladung, Stück um Stück. Manche Ballen wurden unberührt beiseitegelegt, aber die meisten wurden geöffnet und in drei Teile geteilt. Einen für die Armen, einen für Robin und seine Gefährten, einen für den ursprünglichen Empfänger. Soweit die Fackeln ihr Licht warfen, war die Wiese mit kostbaren Waren bedeckt. Nun verlas Will Rodvams den letzten Posten auf der Liste. »Eine Truhe, die seiner Gnaden dem Lordbischof von Hereford gehört!« Den Bischof überfiel das Zittern, als die Truhe auf den Rasen gestellt wurde. »Habt ihr den Schlüssel zu dieser Truhe, euer Gnaden?«, fragte Robin. Der Bischof schüttelte verneinend den Kopf. Das nutzte ihm jedoch nichts, denn Robin Hood befahl, »Will Rodvams, du bist der Stärkste von uns allen, schlage die Truhe auf!« Will Rodvams holte eine Axt und schlug damit auf die schwere Eichentruhe ein. Beim dritten Schlag sprang das Holz krachend auseinander, und ein Sturzbach von Goldmünzen ergoss sich auf das Gras und funkelte rot im Licht der Fackeln. Wie das Rauschen des Windes in den Bäumen, so erhob sich ein unwilliges Murmeln unter den Männern, aber keiner griff nach dem Gold. »Will Rodvams, Alan Osdale und Little John kommt her und zählt,« sagte Robin. Es dauerte sehr lange, bis die drei alle Münzen gezählt und aufgehäuft hatten. Dann verkündete Will Rodvams mit lauter Stimme, dass es alles zusammen 1500 Pfund in Gold seien. Er las auch noch eine Liste vor, die sie zwischen den Münzen gefunden hatten. Die Gefährten erfuhren, dass all das viele Geld Strafen und Zinsen waren, die die Bauern dem Bischof zahlen mussten, wenn sie ihm die Pacht nicht pünktlich geben konnten. »Ich will euch nicht wie eine Weihnachtsgans rupfen, wie Little John euch drohte, denn ich lasse euch ein Drittel des Geldes euer Gnaden,« sagte Robin. »Ein Drittel scheint mir eine angemessene Entschädigung für alles, was euch und eurem Gefolge hier geboten wurde. Das letzte Drittel verwende ich mit eurer gütigen Erlaubnis für wohltätige Spenden. Ihr seid ein harter Herr für eure Pächter und denkt nur daran, eure Schatztruhen zu füllen. Dabei heißt es in der Bibel, »Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel.« »Wollt ihr etwa nicht in den Himmel kommen, hoher Bischof?« »Schloss Robin.« Der Bischof schwieg, er dachte nur an sein Geld und war froh, dass er wenigstens ein Drittel davon behalten durfte. Dann wandte Robin Hood sich an Sir Richard. »Die Kirche wollte euch um all euren Besitz bringen, deshalb ist es nicht mehr als gerecht, wenn sie euch jetzt hilft, eure Schulden beim Abt von Emmett zu bezahlen, Sir Richard. Nehmt die 500 Pfund, die für gute Zwecke bestimmt sind.« Sir Richard sah Robin Hood lange an, ehe er mit bewegter Stimme antwortete, »Ich danke dir von ganzem Herzen, mein Freund. Aber sei mir nicht böse, weil ich das Geschenk nicht annehme. Ich möchte das Geld nur leihen, damit ich meine Schulden bezahlen kann und es in einem Jahr an dich oder den Bischof zurückzahlen. Darauf gebe ich mein Ehrenwort. Als Leihgabe kann ich das Geld nehmen, denn niemand ist mehr verpflichtet, mir zu helfen, als der Bischof der Kirche, der mich um all meinen Besitz bringen will. Ich verstehe zwar nicht, warum ihr das Geld nicht einfach nehmt, denn es steht euch zu, aber es soll so sein, wie ihr wünscht, Sir Richard. Ich bitte euch nur, es nach einem Jahr mir zurückzugeben, denn ich verwende es für einen besseren Zweck als der Bischof,« sagte Robin. 500 Pfund kamen in Robin Hoods geheime Schatzkammer, den Rest bekam der Bischof zurück. Sir Richard erhob sich. »Meine Frau wird sich Sorgen machen, wenn ich nicht nach Hause komme. Deshalb muss ich euch leider verlassen, meine Freunde.« Robin und all seine Gefährten erhoben sich ebenfalls, und Little John sagte, »Robin, lass mich mit 19 Gefährten als Leibwache mitziehen, bis Sir Richard wieder andere Knappen an unserer Stelle hat.« »Damit bin ich einverstanden, Little John,« sagte Robin. »Wir wollen ihm eine goldene Kette um den Hals hängen, wie es sich für einen Mann seiner Herkunft geziemt, und an seine Stiefel gehören goldene Sporen,« sagte Will Rodvams. »Du hast recht, Will Rodvams,« sagte Robin. »Wir wollen ihm auch einen Ballen Samt und einen Ballen Seide für seine Frau mitgeben als Geschenk von Robin Hood und allen seinen Gefährten,« schlug Will Studley vor. Die Männer klatschten in die Hände, um zu zeigen, dass sie alle damit einverstanden waren. Sir Richard von Lee antwortete, »Ich werde eure Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit niemals vergessen. Wenn ihr jemals in Not oder Schwierigkeiten geratet, so kommt zu mir, und die Mauern der Burg von Lee sollen einstürzen, ehe euch etwas geschieht.« Er konnte vor Rührung nicht weitersprechen und wandte sich ab. Es war ein prächtiger Anblick, als Sir Richards neue Leibgarde aufmarschierte. Little John hatte die neunzehn größten Burschen dafür ausgewählt. Sie trugen feingeschmiedete Kettenhemden, eiserne Hauben und breite Schwerter, die im Schein der Fackeln glänzten. Robin Hood legte Sir Richard eine goldene Kette um. Will Rodwams kniete nieder und schnallte ihm goldene Sporen an. Little John führte Sir Richards Pferd herbei, und der Ritter stieg auf. Sir Richard sah Robin Hood einen Augenblick an, dann bückte er sich vom Pferd herab, nahm Robin bei den Schultern und küßte ihn wie einen Bruder auf die Wangen. Der kleine Trupp brach auf, und Fackellichter und glänzende Rüstungen verschwanden im dunklen Wald. Auch ich muß weiter, denn es ist schon später Abend, meldete sich der Bischof mit betrübter Stimme. In drei Tagen muß Sir Richard seine Schulden beim Prior von Emmett bezahlt haben. Bis dahin müßt ihr bei uns bleiben, damit ihr keine Ränke gegen den Ritter schmieden könnt. Die Zeit wird euch nicht lange werden. Ich weiß, dass euer Gnaden gerne jagen, sagte Robin Hood. Robin Hood sollte Recht behalten. Auf der Jagd vergingen die drei Tage so schnell und angenehm, dass der Bischof vergaß, dass er nicht freiwillig hergekommen war, und dass das Vergnügen ihn tausend Pfund in barem Gold und teure Waren kostete. Es tat ihm wirklich beinahe leid, als die Zeit vorüber war. Am vierten Morgen führten sechs Freisassen den Bischof sicher auf die Landstraße nach Hierford und ließen ihn dann allein weiterziehen. Der Bischof schwor, sich an Robin Hood zu rächen. Aber er mußte sich im Stillen selbst eingestehen, daß ihm das wohl kaum gelingen würde.